Super leichte Zeichnungen Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Super leichte Zeichnungen. Heute werden wir ein schönes Kleid mit Herzen zeichnen. Lasst uns anfangen zu zeichnen. Wir werden ein schönes Kleid sehr schnell zeichnen. So wie das. Es wird kurze Ärmel haben. Haha, wie schön. Und einen großen Roxo. Sehr süß. Wir fügen ein paar kleine Herzen unten hinzu. Fantastisch! Jetzt benutze ich diesen dicken schwarzen Marker, um unsere Zeichnungen besser sichtbar zu machen. Fangen wir mit dem Ausmalen an. Zum Ausmalen werde ich die Farben des Regenbogens verwenden. Ich beginne mit der Farbe Rot hier so. Dann benutze ich Orange. Gelb. Dann hellgrün. Hellblau. Ich fange wieder mit Rot an. Orange. Gelb. Und grün. Blau. Lila. Und pink. Rot. Orange. Gelb Und grün Blau Lila Und pink Super! Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ein Like und abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.